Das nächste Spiel, was wir spielen, heißt Zwei-Felder-Ball. Ihr seid gleich in zwei Teams, und zwar blau gegen gelb. Und ihr habt die Aufgabe, euch gegenseitig abzuwerfen. Wir spielen in dem Feld, was bis zu der Bank geht. Die Hütchen sind die Auslinie, Bank ist aus, die Hütchen sind aus. Jedes Team hat seine eigene Seite. Aufgabe ist, euch gegenseitig abzuwerfen. Du bekommst den Ball, du wirfst bitte einmal Jonathan ab. Jonathan ist getroffen, muss rüber auf die andere Bank. Sehr gut, außen vorbeigelaufen. Ihr könnt Jonathan jetzt befreien, indem du den Ball zu Jonathan passt und er den fängt. Mach mal bitte. Ja, sehr gut. Jetzt legst du den Ball ab und kommst außen wieder zurück in dein Feld rein. Und bist wieder befreit. Könnt ihr die ganze Zeit so machen, wenn ein Team es schafft, alle aus dem Gegnerteam bei sich auf der Bank zu haben, hat das Team gewonnen. Wir spielen gleich am Anfang mit zwei Bällen. 10! 11! 11! Kuss! Ja! Kuss! Kuss! Ha! So geht! Okay, los geht! Kuss! Ja! 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 Ja!